Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TimeWalk and Talk. Die zerschmetterten Hallen ist irgendwie der Dungeon, der alle drei Minuten hier kommt. Und holy hell, das ist der erste Ready-Check-Ever, den ich in einem Zeitwanderungs-Dungeon sehe, während schon gepullt wurde. Seid ihr bereit für das, was hier passieren wird? Mit geilem Scaling und irgendwelchen Hits, die die erhaltene Heilung verringern auf dem Tank, ist es einfach nur wunderschön. Hahaha. Leute, bevor wir zum heutigen Thema kommen, muss ich ja mal ein Wort an unsere liebe Allianz richten. Die Horde darf gerne mithören, ja, keine Geheiminformationen. Aber was ist denn mit den Wartezeiten? Blizzard, auch an euch, meine lieben blauen Freunde. Wo bleibt der Zusammenschluss, auch auf Dungeon-Browser-Ebene, also die Fraktion betreffende Gilde und so, war jetzt am Laufen und ich hoffe, der Zusammenschluss auf Dungeon-Ebene hier ist auch am Rennen, weißt du, am Sprinten. Ich hatte jetzt, egal wann ich in Ali leveln wollte, ob morgens um drei, nachmittags um drei, unter der Woche, am Wochenende oder sonst wann, hatte ich zehn Minuten Wartezeit als DD. Junge, bei der Horden-Seite, da hast du auch morgens um zwei auf dem Dienstag oder so fünf Minuten, wenn es scheiße läuft. Was ist denn da los? Da habe ich mich gefühlt wie im PvP, wenn er auch irgendwie zehn, fünf, zehn Minuten Wartezeit auf ein Random-BG zu einer eher asozialen Zeit und dann joinst du rein in einen BG, der schon halb verloren ist, mountest gerade so auf, reiht es los, siehst eine Flagge, zack, wirklich verloren. Der Bildschirm auf, ne? Kam dir nicht nur so vor? Hast du dir schon überlegt, warum ist dir jetzt einer rausgegangen? Ja, paar Sekunden später hast du es gewusst und schon stehst du wieder irgendwo rum und kannst ihn nochmal frisch reinqueen, ne? Also, das tut wirklich weh, weil die Zeitwanderungs-Dungeons ja häufig selber nicht mal so lange dauern. Das ist wahrlich Random-PvP-Feeling, Junge. Also, lieber Allianz, ich hoffe, ihr habt ein dickes Fell, so wie mein Panda. Und ich hoffe, Blizzard liefert auch da schnellstens nach, weil das ist kein schönes Gefühl. Das ist einfach heutig. Unsere heutige Frage allerdings, die ist mit Sicherheit eine fabulöse und gleichermaßen wunderschöne von Kaji über Twitter. Es gibt zwei Features in SW-Thor, die ich auch in WoW ganz cool fände. Bevor ich weiterlese, muss ich da gleich mal frecherweise einhaken. SW-Thor ist die Kurzform für Star Wars The Old Republic, also ein Sci-Fi-MMO. Das meine ich auch schon einige Jahre auf dem Buckel, hat sich aber nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Also, ich habe einige auch in meinem direkten Dunst- und Bekanntenkreis, ja? Die, sobald WoW-Flaute ist, erstmal wieder in Guild Wars 2, in Star Wars und Co. einloggen. Und da dann so ein paar Kampagnen nachholen, ein bisschen Dungeons ballern oder wie auch immer. Und da hat natürlich jedes dieser MMOs so ein bisschen seine Eigenheiten. Deswegen, Co. existieren sie ja überhaupt, ne? Wenn alles dasselbe wäre, würde die Welt ein bisschen anders aussehen in diesem Gaming-Bereich. Und genau um diese Unterschiedlichkeiten wird es jetzt, denke ich, im Folgenden gehen. Einmal, ganz simpel, auf- und ab-mounten, während man sich bewegt, beziehungsweise läuft. Zum anderen die Szenarien, die wir ja schon mal in WoW hatten. Vielleicht wir die storyrelevanten Flashpoints in SW-Thor-Solo-Bar machen. Und vielleicht auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Natürlich kann man die auch mit Freunden machen, wäre das eine Idee. PS-Flashpoints sind übrigens nicht unbedingt einfacher, weil man sie Solo spielen kann. Okay, Schwierigkeit wurde also entsprechend skaliert. Auch das ist natürlich eine wichtige Sache. Zum ersten Punkt, ja, zum ersten Punkt, alter. Der erste Punkt heute. Der geht in Richtung Auf-Mounten während des Bewegens. Und da muss ich sagen, habe ich never ever dran gedacht, dass das eine Option sein könnte. Allein deswegen kann es sich hin und wieder lohnen, auch bei anderen MMOs mal reinzuschauen. Und ich glaube, der einzige Punkt, den wir diesbezüglich ein bisschen durchleuchten müssen, ist so die generelle Mount- beziehungsweise Auf-Mount-Philosophie von Blizzard selber. Und da wollen sie ja schon, dass man so eine kleine Verzögerung hat, dass es sich so anfühlt, als würdest du das Reittier beschwören. Da haben sie jetzt ja mit dem Drachenfliegen auch ein bisschen was Neues ausprobiert, sage ich mal. Ja, dass du den Drachen beschwörst. Und dann kommt er quasi von hinten so angesprungen, setzte wirklich gefiffen. Und der hat über dir rumgekreist und landet dann, um dich abzuholen. So ähnlich wie wenn du in Horizon jetzt einen Flug-Saurier holst. Ja, er kommt dann an, schnappt dich und wirft dich auf seinen Rücken. Und das hat viele, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber viele haben am Anfang auch erschrocken. Die wollten auf-Mounten. Auf einmal von hinten einer, gerade wenn du Warboard-On hattest. Da standen aber die Schweißtropfen auf der Stirn, hör mal. Und mittlerweile hat man sich, glaube ich, dran gewöhnt. Und solange das eben mit dieser Philosophie einhergeht, ist das, glaube ich, auch im Laufen dann nicht so problematisch. Ich meine, ich habe gerade so ein episches Bild im Kopf im PvP. Kann man dann eben auch im Laufen aufsitzen. Hast du da so ein Allianz oder Fett gerüstet in so einer Löwen-Platten-Rüstung von Sturmwind. Und er springt dann auf sein ebenfalls gerüstetes Pony. Und daneben irgend so ein Magier, der dann im Laufen sein Klassen-Mount beschwört. Und das ist ja einfach so eine Gleitscheibe, ne? So ein Kanaldeckel aus Dallaradio. Ob das dann ähnlich episch ist, man weiß es nicht. Aber scheiß mal auf die Epicness. Es wäre einfach eine echt coole Ergänzung. Ein Problem dabei wäre nur, auch Maums sind natürlich mit WoW verankert, seit es WoW gibt. Deswegen müssen sie da vermutlich wieder in den Spaghetti-Quellcode der Ursuppe dieses Games. Und das machen sie ja sehr ungern. Deswegen dauert dieses ganze Fraktionsgelöt ja so lange. Weil eben vieles, was in WoW aufgebaut wurde, auf diesem Splitting der Fraktion basiert. Und wenn du da in den Urcode reingehst und was veränderst, dann kann es sein, dass plopp, auf einmal Teldrassil wieder steht. Plopp, Sivanas ist wieder Kriegshäubling. Zack, Trolle haben keine Arme mehr. Verlassene laufen nur noch auf den Händen. Oder wie auch immer, ja? So weit kann passieren. Und das wird bei den Maums ähnlich sein. Darum ist diese Veränderung vielleicht einfach zu unwichtig, um sich da ranzuwagen. Obwohl ich da jetzt Bock drauf habe. Also scheiß mal auf unwichtig. Okay, Blizzard, hört ihr noch mit? Let's go. Ich finde das echt cool. Einzige Problem wäre, wenn man versucht, so etwas durchzuboxen wie sofort aufmauten. Ja, da haben wir ja dieses eine super beliebte Reit hier im Game. Und zwar diesen Besen von der Schlotternacht, den sich alle dann immer sofort sichern wollen. Die daran das ganze Jahr überdenken, weil den benutzt du und du sitzt sofort drauf. Das entspricht eben nicht mehr so ganz dieser Philosophie von Blizzard. Deswegen ist das auch eine Ausnahme. Deswegen ist das auch zeitlich begrenzt, ja? Weil auch aus Rollenspielsicht, wenn du jetzt Erpeller bist, dann auf einmal plopp dein Pferd auszukacken und dann loszureiten, ja, das ist vielleicht in jeglicher Form von Rollenspiel ein bisschen sehr seltsam, ne? Und deswegen würde ich davon tatsächlich nicht ausgehen, dass wir das in einem größeren Ausmaß bekommen. Zumal du dann auch wieder so einen Interessenskonflikt hast, ne? Eben die Rollenspieler angesprochen, die haben es häufig genug schon schwer in WoW. Und wenn du dann sagst, naja, pass auf, wir geben beide Optionen frei. Ihr könnt euch also aussuchen bei irgendeinem Stallmeister, ja? Ob ihr sofort aufmounten wollt oder ob ihr eben diese paar Sekunden beschwören wollt, dann ist das auch wieder kacke, weil das kann ja ein Gamechanger sein. Imagine, du meldest dich irgendwie für ein Rated BG an, gehst in eine Gruppe und warst davor irgendwie in der RP-Laune oder hast du es schlichtweg vergessen. Wir haben auch diese Mitfliegen-Optionen beim Drachenreiten, ja? Und dann kommst du einfach aus Prinzip schon zwei Sekunden später bei jeder Flagge an, weil du eben dieses Aufmauten gar nicht hast. Ja, also, puh, das glaube ich, würde dann eher eine Sache sein, wo Blizzard sagt, nö, Leute, hier, die paar Sekunden haben wir auch noch. Kommt mal klar, ihr Eumel. Aber das waren jetzt auch noch meine weiterführenden Gedanken. Das war ja nicht unbedingt die Frage, deswegen, ja, finde ich cool. Finde ich cool, die Idee wäre bestimmt eine krasse Umgewöhnung. Ja, ich wäre definitiv auch einer von denen, der dann da steht und, naja, stehen bleibt, ne, statt weiterzulaufen. Da haben dann die SW-Torspieler einen kleinen Vorteil, aber so unterschiedlich ist es ja mit den Mounts auch, ne. Wenn ich dran denke, früher waren wir ja die coolen WoW-Spieler, also so cool, wie man als WoW-Spieler in der achten Klasse sein konnte. Und einer unserer neun Mitschüler, der hat immer Runes of Magic gespielt. Und als wir dann angefangen haben, Reittiere zu farmen, hat der, meine ich, immer gesagt so, naja, wieso farmt ihr Reittiere? Und wir so, naja, wieso nicht so schick, ne, hier mal rumreiten, da ein bisschen posen. Und in Runes of Magic war es dann wohl so, dass du mit so einem Reittier nur eine fest abgesteckte Strecke reiten konntest. Bist du also zu irgendeinem Mountposten gegangen, ähnlich wie jetzt mit einem Greifenfliegen, ja, und konntest dann mit deinem Pferd von Ort A nach Ort B auf so einer festen Straße reiten? Das war wohl irgendwie ganz seltsam da. Ja, hab ich selber nie gespielt, aber wenn er mal was erzählt hat, naja. Wir waren die WoW-Spieler, er war bei Runes of Magic. Er hatte nie eine Chance, was? Aber ja, so unterschiedlich kann es dann wohl sein. Zweiter Teil der Frage. Flashpoint-Szenarien, auf jeden Fall. Also, das klingt nach Story, das klingt nach einer Möglichkeit, sowohl Solo als einsamer Wolf, als auch bei Bedarf mit einer Gruppe ein bisschen was reißen zu können, Einfluss zu nehmen, gewisse Storyherde nachspielen zu können. Und da waren diese Drei-Mann-Dungeons, diese Szenarien zu MOP, natürlich schon fast eine kleine Offenbarung, muss man sagen, ne. Die sind dann leider im Sande verlaufen, also Blizzard hatte irgendwie nicht mehr so Bock drauf und auch die Spielerschaft zur MOP, ja, hatte schnell bessere Möglichkeiten zum Equippen gefunden und, und, und. Und diese Szenarien wurden dann auch, ich sag mal, sehr dürftig ausgebaut, ne. Man hatte dann noch nicht so verschiedene Schwierigkeitsgrade wie Szenario im Plus oder sowas, ne. Und darum warst du sehr schnell müde, wenn du da wirklich durchgeballert hast, ja. Gab auch irgendwie Erfolge, dass du alle Szenarien an einem Samstag spielst und wenn man das dann durch hatte, ja, dann war schon Feierabend. Ich gehe heute ab und zu noch rein. Da werden wir uns bestimmt in einer der künftigen Podcast-Zeugen auch nochmal drüber unterhalten, weil es eben Story-trächtige Ereignisse gibt, die da be- bzw. verarbeitet wurden. Ja, es gab so Szenarien, da hast du irgendwie Affenpiraten davon abgehalten, eine Insel zu erobern. Dann gab es irgendwie so einen Mogu-Angriff auf ein Dorf, also so Classic-MOP-Stuff, ja. Und dann gab es eben sowas wie das Attentat auf Vol'jin, wo Garrosh Attentäter geschickt hat, um Vol'jin abzumorxen, ne. Politische Gegner konnte er ja nicht ganz so gut leiden, der Herr Hörschrei. Und da bist du dann in so eine Höhle rein und hast da quasi miterlebt, wie Vol'jin dann zum Glück überleben konnte. Ja, aber ganz, ganz knapp. Und das mündete dann in diesem Buch Ein Dolch im Dunkel, hieß es, glaube ich, wo Vol'jin im Shadopan-Kloster wieder aufgepäppelt wurde, einen Freund auf der Allianz-Seite kennenlernte, auch in einigen Kämpfen von M.O.P. mitwirkte. Und ja, das war so ein bisschen die Vorgeschichte, könnte man sagen, zu einigen dieser Buchentwicklungen. Und dann hatten wir natürlich auch die Vorgeschichte zur Schlacht um Orgrimmal, wo am Ende Garrosh dann das Herz des alten Gottes Yasharaj verschlangen. Und da gab es ein Szenario zu der Ausgrabung von diesem Herzen. Ja, kann man alles auch noch nachspielen, müsste man jetzt ins Heim des Wissens im Tal der ewigen Blüten von M.O.P. Da stehen ja diese ganzen Anmelder und in Form von wunderbaren, dicken Pandas rum. Und da kann man das noch nachholen, habe ich ja auch in verschiedenen Videos immer mal verarbeitet. Und da kann so ein Szenario, das alle ad acta gelegt haben, seit Jahren auf einmal wieder aktuell werden. Alte Götter und Lehrer, also Herr Hörschrei. Da erinnern wir uns mal an die jüngste Vergangenheit. Und das finde ich an sich super. Wo man nur drüber nachdenken müsste, wäre dann, denke ich, die Zugänglichkeit. Ja, denke, denke. Weil das ist ja jetzt so, wenn du neuer Spieler bist, egal ob ich an PvP-Händler für alte Ausrüstung denke, oder jetzt an solche LFR- oder Szenarienanmelder, das ist schon sinnig und für viele alteingesessene Spieler kein Problem. Du weißt, wenn du jetzt irgendein PvP-Set aus TBC kaufen willst, dann musst du nach Area 52 in Natorsturm. Ist der Weg zur Scheiße, aber weißt du, wo das ist. MOP-Händler, klar, auf dem Schlangenrücken, dieser riesigen Mauer, wo man sich damals für PvP halt getroffen, angemeldet, getanzt, was auch immer hat. Und dann, wenn du an Kata denkst, ja gut, das ist dann ein Orgrimmar bzw. Sturmwind. Das waren ja da wieder die neuen alten Hauptstädte. So, und das ist genauso mit den LFR-Anmeldern. Willst du Legion, musst du ins Legion Dalaran. Ja, und dann vor der violetten Festung, zack, da ist er dann. Und das müsste man, glaube ich, ein bisschen einheitlicher machen. Weil, selbst wenn irgendwer ins Stream kommt und sagt, ey, ich hab hier in der Sammlung so ein PvP-Set gesehen, das hätte ich voll gern, wo krieg ich denn das? Und dann kriegt er als Antwort, ja, Area 52 in Natorsturm. Na ja, Bruder, da sucht ihr den Rest des Tages nach, weißt du. Da bräuchte man vielleicht irgendein Item, um gewisse Story-Passagen nachzuerleben, ja, um sich darüber möglicherweise anmelden zu können und das Ganze einfach ein bisschen geschlossener zu machen. Eine große PvP-Halle mit allen Händlern, wo vielleicht die aktuellsten ein bisschen abgegrenzt sind. In der aktuellsten Hauptstadt oder so, wisst ihr wie ich meine. Und dann würde, glaube ich, allein durch diese Zugänglichkeit auch ein bisschen mehr passieren in solchen Richtungen. Aber, dass Blizzard das wirklich macht, na ja, mein Traum wäre eben, dass sie natürlich mehr von diesen Bücher-, Comic- und Kurzgeschichten-Stories und Lore-Elementen, ja, in solche Szenarien mit reinweben. Das fände ich eigentlich super, das klang ja jetzt bei diesen Flashpoints ganz ähnlich. Und das dann eben mit brauchbaren Belohnungen versehen, das über einen sichtbaren Anmelder möglich machen, ja, und somit natürlich das irgendwie ins Game weben, was man sonst nur außerhalb des Games erlebt. Aber gut, durch diese Außerhalb-Optionen verdienen sie halt Kohle. Na, die Leute kaufen die Bücher. Die Leute laden irgendwelche E-Books runter dazu und, und, und. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo, egal wie sehr irgendein Entwickler Bock drauf hat, die Chefetage immer sagt, nee, 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 du. Es würde den Spielern gefallen, das wollen wir nicht. Äh, das würde uns irgendwie Geld kosten. Na, das wollen wir vermeiden. Darum finde ich die Ideen super cool. Wer da natürlich gerade als Lore-Freund mit dabei, aber auch als jemand, der häufig mit den Ängsten, ja, von neuen Spielern und deren Unsicherheiten konfrontiert wird. Aber ich glaube, das sind Zukünfte, mit denen wir ja nicht rechnen sollten. Hoffnung besteht aber immer bis zum Schluss. Oder wie war das? Dankeschön für die schöne Runde. Vielen Dank für die schöne Frage. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn ihr wollt. Macht es gut, bleibt gesund und tschau's.